Level 1, Minus 25.2 Lili, Lili Eine kleine Übung auf der hohen E-Seite beginnt mit dem leeren E, dem leeren hohen E. Die Finger stelle ich zur Vorbereitung über den Seiten auf. Ich beginne mit dem dritten Finger dann. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4